Willkommen bei One App A Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, servus, grüßte und hallo und willkommen zur neuen One App A Day Folge mit einer App passend zu Weihnachten. Eine Android App, der App Weihnachtsaufkleber, VR-Sticker, VR für WhatsApp. Bei 8001 Gesamtbewertung, eine Durchschnittssternebewertung von 4,4 von 5 Sternen und aktuelle Versionsnummer ist die 1.0.19, 25 MB groß, erfordert Android 5.0 oder höher. Was macht die App? Naja, der Name sagt es schon, es bietet Weihnachtsaufkleber für WhatsApp. Ihr öffnet also die App, wählt ein beliebiges Sticker-Paket aus, klickt auf das Pluszeichen, dann kommt einmal Werbung, was ihr euch anschauen müsst, was ihr nach einer Weile überspringen könnt. Dann könnt ihr klicken, dann kommt eine Aufforderung, weil die Sticker zu WhatsApp hinzuzufügen, tappt ihr im Pop-up auf OK und dann ist es in eurem WhatsApp. Was macht ihr dann? Ihr geht in euer WhatsApp, klickt auf das Smiley-Symbol neben dem Texteingabefeld, geht ganz nach rechts, glaube ich, wo halt die Sticker-Pakete sind und könnt dann das auswählen. Da sind wirklich einige sehr nette dabei, muss ich sagen, ganz witzige, passend zur Weihnachtszeit halt. Mit der Werbung nervt das ein bisschen. Also ich würde es wahrscheinlich schöner finden, wenn man irgendwie die Möglichkeit hätte, keine Ahnung, noch drei Euro da einzuwerfen und dann hätte man halt Zugriff ohne Werbung da drauf, aber auch mit der Werbung, weil ihr es meistens überspringen könnt, ist vollkommen in Ordnung. Und wenn ihr WhatsApp nutzt, könnt ihr da gerne mal oder meiner Meinung nach auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Weihnachtsaufkleber, WhatsApp-Sticker. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye-bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatag, gplus.eu slash oneappatag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatag.